Stanley Cooper Smith hat elterliches Erziehungsverhalten beschrieben, das sich als selbstwertförderlich erwiesen hat. Eltern, deren Kinder einen hohen Selbstwert aufwiesen, zeichneten sich durch einen sogenannten demokratischen Erziehungsstil aus. Das bedeutet, dass Eltern sehr wohl Anforderungen an ihre Kinder stellen, aber gleichzeitig auch Unterstützung bei Schwierigkeiten geben. Ihre Beziehung zum Kind gründet insgesamt auf einer wohlwollenden Grundhaltung. Diana Baumrind beschreibt selbstwertzuträgliches Erziehungsverhalten als autoritativ, nicht zu verwechseln mit autoritär. Damit meint sie einen Erziehungsstil, der durch klare Regeln und Anforderungen an das Kind, aber auch ein hohes Maß an Zutrauen und Unterstützung gekennzeichnet ist. Die erfolgreiche Familientherapeutin Virginia Satir stellt die Stärkung des Selbstwerts in einen systemischen Zusammenhang. Der Selbstwert wird ihrer Ansicht nach dann gestärkt, wenn in der Familie liebeoffen ausgedrückt wird, eine offene Kommunikation herrscht, die eigene Verantwortung aufgezeigt und gestärkt wird, die Verschiedenheit der einzelnen Familienmitglieder anerkannt wird, Regeln flexibel angewandt werden und die Möglichkeit besteht, aus Fehlern zu lernen. Das bedeutet, wenn wir so angenommen werden, wie wir sind, dort gefördert werden, wo unsere Stärken liegen, in unseren Schwächen ermutigt werden und das Gefühl vermittelt bekommen, um unser Selbstwillen geliebt, angenommen und respektiert zu werden, dann ist eine optimale Basis gelegt, auf der wir wachsen können. Aber nicht nur das, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, prägt uns, sondern natürlich auch unsere Umwelt. Im sozialen Miteinander erleben wir tagtäglich, wie wir von anderen wahrgenommen und auch bewertet werden. Der Begriff Look-in-Class-Self bzw. Spiegelbild-Effekt beschreibt unsere Selbstwahrnehmung als Folge der Bewertungen durch andere. Denn wir handeln und wissen, dass wir dabei beobachtet werden. Der Begriff wurde 1902 von Charles Cooley eingeführt. Ihm zufolge führen drei Fragen zur Herausbildung der eigenen Identität. Wie werde ich von anderen Menschen gesehen und erlebt? Wie werde ich im Anschluss daran bewertet? Und welche Gefühle empfinde ich aufgrund dieser Bewertung?